Herzlich willkommen zurück. Wir haben es in diesem Videolernzyklus bisher nur mit Polynomfunktionen zu tun gehabt. Das werden wir jetzt ändern und in diesem Video ein bisschen allgemeiner über Stammfunktionen elementarer Funktionen sprechen. Daher ist wichtig, dass du dich mit den Ableitungsfunktionen der elementaren Funktionen schon gut auskennst und die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam Stammfunktionen der elementaren Funktionen kennenlernen und die dann auch in zahlreichen Aufgaben bereits verwenden. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick. Das ist ein Auszug aus einer Formelsammlung und im Großen und Ganzen ist es so, dass man die Stammfunktionen elementarer Funktionen eh einfach durch umkehrende Ableitungsregeln erhält, also wie wir bereits wissen. Es ist halt einfach in einigen Fällen nicht gleich klar, wie das dann auszusehen hat. Und in so einer Tabelle kann man sich dann das Ganze anschauen und nachrechnen im Großen und Ganzen. Also man kann überprüfen, dass diese Regel hier stimmt, indem man einfach diese Funktion groß F ableitet und feststellt, dass man genau klein f erhält oder eben die Funktionsvorschrift für klein f dadurch erhält. Das hier sind die Regeln oder halt die wichtigsten Stammfunktionen elementarer Funktionen, mit denen du gut vertraut sein solltest, damit du auch andere Beispiele gut bestreiten kannst und dich nicht nur auf Polynomfunktionen einschränken musst. Mach dich also mit so einer Tabelle gut vertraut. Nimm dir auch ruhig so eine Tabelle her für die Aufgaben, die jetzt folgen. Zwar beginnen wir einmal zunächst mit Stammfunktionen von Potenzfunktionen bzw. von Funktionen, die als Summen und Differenzen von Potenzfunktionen gegeben sind. Die Aufgabe ist recht unspektakulär bzw. nicht überraschend und zwar ermittle eine Stammfunktion groß F der gegebenen Funktion klein f. Nimm dir für die ersten vier Funktionen hier nun ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, ich würde vorschlagen, wir gehen hier einfach Schritt für Schritt durch und beginnen bei Aufgabe A. Bei Aufgabe A haben wir eine Funktionsgleichung mit f von x ist 6 mal x² plus 6 durch x². Mit dem ersten Ausdruck kommen wir schon gut zurecht. Für den zweiten Ausdruck ist es hilfreich, wenn wir den ein bisschen umschreiben und zwar wir erinnern uns, es gilt 1 durch x hoch irgendein R ist das gleiche wie x hoch minus dieses R. Das bedeutet, wir können das hier umschreiben folgendermaßen und zwar zu f von x ist gleich 6 mal x² plus 6 mal x hoch minus 2. Gut und jetzt können wir hierfür eine Funktionsgleichung einer Stammfunktion hinschreiben, denn da können wir jetzt die Regel verwenden, die wir eigentlich sogar schon kennen. Also hier machen wir das bereits Vertraute. Aus x² wird x hoch 3 und dann das Ganze gebrochen durch 3 und bei x hoch minus 2 machen wir eigentlich das gleiche. Also auch hier Hochzahl plus 1, dann wird eben aus minus 2 minus 1 und dann dividiert durch diese neue Hochzahl, ist in dem Fall eben gebrochen durch minus 1. Und das Ganze hier kann man noch ein bisschen umformen, hier kann man kürzen und hier kann man statt x hoch minus 1 wieder 1 durch x schreiben und erhält dann diesen Ausdruck hier als eine Funktionsvorschrift für eine Stammfunktion in diesem Fall. Na gut, jetzt haben wir uns gleich die Aufgabe b an. Schaut sehr ähnlich aus, wir müssen hier nur noch ein bisschen besser aufpassen. Zunächst einmal werden wir das wieder umschreiben und zwar nach der gleichen Regel. Also erhalten wir dann f von x ist x hoch minus 3 plus x hoch minus 1 und nun, Achtung, für x hoch minus 3 können wir die gleiche Regel wie oben verwenden. Und bei x hoch minus 1, das ist die eine Ausnahme, auf die wir da unbedingt achten müssen. Eine Stammfunktion von x hoch minus 1 ist ln vom Betrag von x. Also Achtung, hier nicht sich hinreißen lassen und sowas wie x hoch 0 hinschreiben. Das wäre falsch. Die Stammfunktion oder eine Stammfunktion von x hoch minus 1 ist ln vom Betrag von x. Na gut, das können wir, wenn wir wollen, wieder ein bisschen umschreiben, in dem Fall zu minus 1 halb mal 1 durch x Quadrat plus ln vom Betrag von x. Na gut, das waren die ersten beiden Aufgaben. Schauen wir uns gleich c an. Hier haben wir jetzt Wurzel von x plus 5. Mit Wurzeln können wir auch was machen. Auch Wurzeln können wir anders schreiben. Wir erinnern uns, Wurzel von x ist das gleiche wie x hoch 1 halb. Und nun können wir wieder das zunächst umschreiben. Also wir erhalten dann die Funktionsgleichung f von x ist x hoch 1 halb plus 5. Und nun können wir wieder unsere Regel für Potenzfunktionen verwenden. Also wieder Hochzahl plus 1 und dann gebrochen durch die neue Hochzahl erhalten hier dann dabei eigentlich sogar einen Doppelbruch. Das werden wir jetzt noch umschreiben und erhalten dann diesen Ausdruck hier als Funktionsvorschrift für eine Stammfunktion. Soweit so gut. Machen wir noch d. Hier haben wir jetzt die dritte Wurzel von x hoch 4. Na ja, der Schmäh ist der gleiche. Also wir können auch das hier umschreiben zur Erinnerung. Wir können die dritte Wurzel von x hoch 4 umschreiben zu x hoch 4 Drittel. Das heißt, wir können eben Funktionsgleichung hier anders angeben und zwar f von x ist x hoch 4 Drittel. Und nun wieder die Regel verwenden. Also Hochzahl plus 1 und dann gebrochen durch die neue Hochzahl wieder Doppelbruch auflösen. Viel schöner wird es leider eh nicht. Man könnte es wieder in Wurzelschreibweise umschreiben, muss man aber nicht. Also gut, das waren jetzt die Regeln für Potenzfunktionen. Noch einmal für ein paar spannendere Beispiele angewendet oder auf ein paar spannendere Beispiele angewendet, kommen wir nun zu ein paar neuen Dingen. Und zwar zu Aufgaben E und F. Wieder nimm dir ein paar Minuten Zeit, posiere dazwischen das Video und ermittle eine Stammfunktion F der gegebenen Funktion f. Wir vergleichen dann wieder die Ergebnisse. Also gut, gehen wir es auch hier wieder durch. Beginnen bei Aufgabe E. Und hier passiert tatsächlich nichts Überraschendes, nichts Spektakuläres. Wir wissen, dass die Ableitung von e hoch x einfach e hoch x ist. Also ist e hoch x auch eine Stammfunktion von sich selbst. Das ändert sich nicht, wenn wir davor irgendeinen konstanten Faktor setzen. Also ist eine Stammfunktion von 4 mal e hoch x einfach gegeben durch 4 mal e hoch x. Da brauchen wir nicht lange Fackeln. Spannender ist es bei der Aufgabe f, da ist jetzt der 4er in die Hochzahl gerutscht. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ein Problem, beziehungsweise da werden wir jetzt ein bisschen nachdenken müssen. Wir haben die Situation e hoch 4 mal x. Jetzt überlegen wir uns gleich einmal. Na gut, wir wollen etwas, was abgeleitet e hoch 4 mal x ergibt. Was passiert denn eigentlich mit e hoch 4 mal x beim Ableiten? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ein bisschen allgemeiner. Eine Funktion g mit g von x ist e hoch k mal x. Deswegen ein k ungleich 0. Dann wissen wir, okay, aus der Kettenregel folgt die erste Ableitung von g ist dann gegeben durch g' von x gleich k mal e hoch k mal x. Also die äußere Ableitung von e hoch irgendwas bleibt dieses e hoch irgendwas und wir kassieren hier noch die innere Ableitung und das ist dann dieses k, mit dem wir hier multiplizieren müssen. Na gut, wenn das beim Ableiten passiert, worauf müssen wir dann achten, wenn wir eine Stammfunktion hinschreiben wollen oder eine Funktionsgleichung einer Stammfunktion? Na, wir sollten wohl im Idealfall durch 4 dividieren. Warum? Na ja, wenn wir jetzt Ableiten, dann hebt sich der 4er, den wir durch die innere Ableitung kassieren, mit dem 4er hier im Nenner, einfach wieder auf. Und wir erhalten dann tatsächlich genau das, was hier oben steht und das war ja das Ziel. Na gut, also zur Erinnerung, ein Trick ist es hier, dann einfach durch die innere Ableitung zu dividieren, um zu erreichen, dass sich das dann eben beim Ableiten genau auslöscht und wir uns damit tatsächlich dann jetzt eigentlich eine Stammfunktion gebastelt haben, indem wir die Kettenregel entsprechend umgedreht haben. Na gut, probieren wir das bei noch aufwendigeren Beispielen. Schauen wir uns gleich noch die letzten vier an. Wieder nehmen wir zunächst ein paar Minuten Zeit, ermittle je eine Stammfunktion groß f der gegebenen Funktion klein f, pausiere inzwischen das Video und wir vergleichen auch hiervon dann noch die Ergebnisse. Also gut, gehen wir die letzten vier Aufgaben auch noch gemeinsam durch. Beginnen bei g. Hier haben wir f von x ist 42 mal Cosinus von x. Jetzt können wir entweder nachschauen oder wir überlegen uns kurz, Sinus von x abgeleitet ist genau Cosinus von x. Das heißt, eine Stammfunktion von Cosinus von x ist gegeben durch Sinus von x. Das heißt, wenn wir das wissen, beziehungsweise wenn wir das nachschauen, sind wir schon fertig, weil der konstante Faktor 42, der tut uns nichts und wir können eigentlich sehr schnell hier eine Funktionsgleichung einer Stammfunktion anschreiben. Spannender wird es bei h. Jetzt rutscht nämlich 42 ins Argument hinein. Das bedeutet, wir haben hier f von x ist Cosinus von 42 mal x. Und hier müssen wir jetzt ähnlich überlegen, wie wir es vorhin bei der Exponentialfunktion gemacht haben. Und zwar können wir uns zunächst überlegen, wie müsste denn eine Stammfunktion in etwa aussehen? Und wir wissen, na gut, Sinus abgeleitet ergibt Cosinus. Das bedeutet, eine Stammfunktion wird wohl irgendwas sein mit Sinus von 42 mal x. Die Frage ist, was passiert denn mit Sinus von 42 mal x beim Ableiten? Oder stellen wir die Frage ein bisschen allgemeiner, was passiert mit Sinus von k mal x beim Ableiten? Und wir erinnern uns daran, naja, wegen der Kettenregel gilt dann, das ist ganz einfach k mal und dann hier Cosinus von k mal x. Und dieses k hier dann loszuwerden, weil das hier ist ja eh schon genau das, was wir haben wollen, müssen wir also einfach dann durch dieses k noch dividieren, um erfolgreich eine Stammfunktion zu basteln. Das k ist hier in diesem Fall konkret 42 und wir können eine Funktionsgleichung einer Stammfunktion hinschreiben und zwar Groß f von x ist gleich 1 durch 42 mal Sinus von 42 mal x. Also dieses k, das man beim Ableiten kassiert, das müssen wir irgendwie auslöschen und das erreichen wir durch Division durch k. Überprüfen noch kurz, dass das auch wirklich stimmt, indem wir einfach das hier jetzt ableiten und da stellen wir fest, dass genau das passiert, was wir erwarten. Also 1 durch 42 bleibt erhalten als Faktor. 42 ist die innere Ableitung, die beiden löschen sich aus und Sinus abgeleitet ist Cosinus und es kommt genau das heraus, was wir wollten. Na gut, machen wir das Ganze noch umgekehrt, also mit Sinus. Hier haben wir jetzt f von x ist Sinus von x durch 5. Durch 5 ist ja das gleiche wie mal 1 Fünftel, also wir haben es wieder mit einem konstanten Faktor zu tun. Auf den müssen wir jetzt hier zunächst nicht so sehr achten. Wir müssen uns zunächst einfach überlegen, was wäre eine Stammfunktion von Sinus. Das ist jetzt ein bisschen gemeiner. Hier müssen wir jetzt auf Vorzeichen achten, denn wir erinnern uns, Cosinus abgeleitet ist ja Minussinus. Das heißt, eine Stammfunktion von Sinus ist dadurch Minussinus. Steht natürlich auch in der Tabelle, aber hier noch kurz die Begründung, warum das so ist. Nichtsdestotrotz können wir sehr rasch dadurch einfach eine Stammfunktion, eine Funktionsgleichung einer Stammfunktion hinschreiben mit groß F von x ist ein Fünftel mal Minus-Cosinus von x. Das Ganze können wir natürlich auch wieder als einen Bruch schreiben. Und zum Abschluss rutscht auch hier der Faktor noch einmal ins Argument. Also wir haben jetzt f von x ist Sinus von x durch 5. Auch hier werden wir jetzt wieder ähnlich überlegen, wie wir es bei der Exponentialfunktion gemacht haben und auch beim Cosinus, dass wir uns zunächst überlegen, naja, wie müsste denn eine Stammfunktion in etwa aussehen? Und wir wissen, es wird irgendwas sein mit Minus-Cosinus von x fünftel oder allgemeiner halt irgendwas mit Minus-Cosinus von k mal x. Und auch hier wieder dann zunächst ableiten und wegen der Kettenregel wissen wir, die Ableitung von dem hier ist dann gegeben durch k mal Sinus von k mal x. Das sieht ja schon fast so aus wie das, was wir haben wollen. Wir haben hier nur dieses k zu viel. Also der Faktor ist uns zu viel. Den müssen wir loswerden. Heißt wieder, wir müssten noch durch dieses k irgendwo dividieren. Aber durch ein Fünftel, also hier in dem konkreten Fall wäre k ja ein Fünftel. Dividiert durch ein Fünftel ist das gleiche wie mal 5. Das heißt, wir erhalten hier als Funktionsgleichung einer Stammfunktion Groß F von x ist gleich 5 mal minus Cosinus von x fünftel. Das kann man natürlich auch noch umschreiben. Und zum Abschluss werden wir auch das noch kurz überprüfen, indem wir einfach Groß F ableiten und tatsächlich löschen sich 5 und ein Fünftel genau aus. Also das hier wäre wieder die innere Ableitung und minus Cosinus abgeleitet ist dann Sinus. Also kommt auch hier wieder genau das raus, was wir wollten.